Ja gut, das hat jetzt nicht viel gebracht, dass ich die Laterne nochmal aufgefüllt habe, die eh voll war. Ah, ein geheimer Eingang. Ach, das sind auch nur Laternen. Drücken um ein Kohlebecken anzünden, will ich doch machen. Kohlebecken und noch ein Kohlebecken. Und komischerweise öffnen sich die Türen, wenn man hier die Kohlebecken anzünden, das ist auch ganz toll. Zum Kloster gehen. Huch, warum ist die Laterne jetzt aus? Das war nicht meine Absicht. Hier haben wir zwei Dinger, Kiste, aber das muss jetzt auch nicht sein. Machen wir die Laterne nochmal an. Da können wir sie nur nochmal anschalten, wenn wir wollten. Äh... Ja, so kann man auch hochgehen. Da unten ist Wasser. Oh, da will ich ja gar nicht hin. Wo will ich denn hin? Oh, da will ich da hin. Probieren wir mal die Kiste hier aufzumachen. Ah. Ich drücke natürlich völlig falsch. Das gibt's doch nicht. So. Noch eine Mörserbombe haben wir da drin gefunden. Na, ganz toll. So, da kann man hoch. Da hin soll ich gehen. Dann jäh ich doch mal da hin. So, da wollen wir zum Kloster gehen. Aber erst mal töd ich ein paar random Leute, natürlich. Was? Perfekt. Berserker klingen, Berserker-Klinge, Berserker-Klinge, Berserker-Klinge. Kracker-Klinge ist gut. Die brauche ich nämlich. Eigentlich immer. Ja, ich kenne die Regeln. Ich kenne die Regeln, dass ich euch umbringen darf. Schäme in meinem Arbeitsvertrag. So. Da, 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 da. Ich muss zum Kloster. kloster ich schlug zu dir hin da sehe ich auch in von napoleon gut auf der karte wieder der ist irgendwo hier ja hilfe alter ich will hier weg ah ähm Der Medizinvorrat ist niedrig, ist gut. Ich habe überhaupt keinen Medizinvorrat mehr. Kann man hier eigentlich irgendwo die Karte erforschen? Da haben wir einen Vogel, da gehe ich doch mal dahin. Ich weiß ja überhaupt nicht, wo ich eigentlich hier hin soll. Da haben wir aber ein Geschäft. Was? Das ist schlecht. Ich weiß, dass das schlecht ist. Wir haben mehr Wasserverbrauch als zufluss. Äh, das ist schlecht. Aber wie verbraucht denn das ganze Wasser? Äh, ich habe eine Wasserkühlung eingebaut. Eine Wasserkühlung? Das müssen wir gleich mal streamen dann. Aber das müssen die Leute dann ja in den Folgen auch mal sehen. Oh, ich muss so 15 Mal weg. Schön. Ja, spielt der die ganze Zeit offscreen? Und dann kann er mir das nicht mal zeigen, weil er dann weg muss immer. Immer? Was? Ich wollte alles aufhören hier, Medizin. Äh, ich möchte ja erinnern, vorgestern musste er auch um 15 Mal weg. Deswegen ist das mit immer schon eine ganz akkurate Aussage, würde ich sagen. Ist der hin? Da ist der hin. Und stecken die Wachen, wenn man sie braucht. Nichts erwachen. Die Wachen sind unfähig. Motoren und Pipelines. Ich muss da mal hoch auf die Kirsche. Kirsche? Die Kirsche, ja ganz genau. Da muss ich hoch. Oh, Scheiße. Ich muss was anderes machen. Aha, shit. Äh, ich bin mal kurz weg. Oh Gott. Boah, warum springe ich von dir hier runter? Wieso ist der einfach runtergesprungen? Äh, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder laufen. Der ist Sternhagel voll. Der ist Sternhagel voll. Ja, kann ich das wieder auf der Karte markieren. Da wollte ich doch eigentlich hin. Einfach nur. Sag mal, wie sieht man eigentlich hier? Nein, äh, Fortschritt. Sequenz 13 sind wir hier vor allem eigentlich schon. Eigentlich wollte ich ja gar nicht zu Assassin's Creed Dead King. Ich glaube also mit dieser Sequenz 13 und 1 spielen wir hier durch und dann gehen wir aber zu den normalen Missionen zurück wieder. Weil da müssen wir ja hier noch Sequenz 10 haben wir noch. Da müssen wir noch den Abschluss machen. Aber eigentlich sollen wir das ja erst am Ende spielen hier. Aber wir sind ja aus irgendeinem Grund hier hingekommen direkt. Ohne es zu wollen. Und wie viele Erinnerungen hat das? Ähm. Mindestens 6. Wenn nicht mehr, die einfach nur nicht angezeigt werden. Ich weiß nicht, was das war. Das war, dass dein Kollege hier gerade stirbt, glaube ich. Ja, hättest du schwören können. Doch, kann ich. Das brauche ich aber gar nicht, weil ihr mich ja einzeln angreifen wollt unbedingt. So, hündern. Ah, jetzt kriege ich Medizin natürlich, sobald ich sie nicht brauche. Ja, ist auch unfassbar. Das Spiel macht es auch eben einem nicht leicht, habe ich das Gefühl. Also, darf ich da zur Seite? Ich werde da doch nur hoch. Warum komme ich da nicht auf den Turm hoch? Warum darf ich da nicht auf den Turm hoch? Warum darf ich da nicht auf den Turm hoch? Geh. Gerade kriegen es jetzt hier. Jetzt geht es wieder. Das ist sehr seltsam hier gemacht. Alter, ich will nicht hier rüberspringen. Ich will doch einfach nur da hochklettern. Wie schwer kann das denn sein? Ich kann da nicht hoch. Der lässt mich da nicht klätschen. Ich will nicht hier rüber. Wie soll man auf diesen Kirchturm hochkommen? Gibt es da irgendeine Seite, wo man da hochkommt? Die Seiten sehen alle gleich aus. Eigentlich... Hä? Von ab hier kann man nicht weiter. Ich kann da nicht hoch. Dieser Kirchturm hat keinen Aufgang. Aber da oben ist der Vogel. Ah, Bildschirmübertragung. Ich bin hier und ich kann hier nicht hochklettern. Ah ja, warte mal. Das kenne ich. Äh. Oh, ja. Das war scheiße. Ja, und wie kommt man da hoch? Länger mal im Kreis. Ja, vielleicht in der Mitte? Ja, da habe ich es versucht. Da ging es auch nicht. Warte! Vielleicht würde es sein. Ja, da bin ich schon zweimal rübergegangen. Und da ging es auch nicht. Da ist ich nur wieder hier. Sieht aus, als ob es da hoch geht. Ja, das sieht so aus. Da geht es aber nicht hoch. Es kann doch nicht sein, dass man da nicht hoch kann. Nee, ich komme auch nur was hier. Geh da nochmal hin? Warum springt der dann immer gleich so weit runter? Ich will nicht zur Seite. Ich will da hoch. Das gibt es doch nicht. Wann man da nicht irgendwo rein oder sowas? Ich wüsste nicht, wo. Ey, ich meine, einer dieser Fenster ist vielleicht offen. Wenn man außen rum, ja genau da rum. Aber ich gucke mal nach einem Tutorial. Das gibt es doch nicht. Das ist so schwer, es hier hochzuklettern. Wer setzt ein Vogel an eine... Warum springe ich da einfach runter? Ja.